Die Sonnenaufgangswanderung mit Sepp vom Schienwanderhotel Graz in Großal am 17. Juli 2013. Im Hintergrund der Sattel der Bernkugel. Das Kreuz direkt vor uns ist der Remsteinkopf, der Gründeck, das Rossfelddeck, kommt die Sonne hoch direkt hinter der Entskraxe, der große Schneibenstein, im Hintergrund der zerklüftete, der Faulkugel und direkt auf diesem Grat vor uns, auf dem Dunklen, stehen die Hirsche. Rotwildbeobachtung. Ach so. Und jetzt stehst du die Linkschweiber rüber. Da steht noch ganz viele. Ach da, ja. Ja, 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 ja. Oh! Da ist noch ein paar drüber. Oh! Alles, ne? Fettpünze. Da oben ist ein paar drüber. Ja. Wunderschöner Sonnenaufgang. Beobachtet vom Remsteinkopf aus. Die Sonne geht über die Innskraxe hoch. Das ist, das ist ein Bild. Boah! Ja, was ist das Bild? Ja. Da könnte ich auch nicht hingucken. Hä? Ja... Da könnte es nicht hoch. ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.